Ja, es ist mal wieder soweit. Chris Stellis, Top-Unternehmer, Multimillionär und ja wirklich der Maßstab im deutschen Internetmarketing, veranstaltet mal wieder ein Webinar und darin geht es darum, wie du deine erste große E-Mail-Liste aufbaust, ohne Unsummen dafür auszugeben. Und das ist besonders, weil Chris Stellis länger schon kein Webinar gehalten hat, ein kostenloses Webinar und du kannst dich jetzt hier registrieren. Das Ganze findet am Donnerstag, den 1. Dezember statt und kannst dich hier mit dem Klick hier auf den Button entsprechend anmelden, deinen Namen, deine E-Mail-Adresse angeben und deine Daten abschicken und dann nimmst du hier bei diesem Webinar teil. Dort bekommst du gezeigt, wie du mit einer exakten Strategie deine erste sechsstellige E-Mail-Liste aufbaust, wie das gleiche, wie Chris Stellis erreichen kannst, die beste Auto-E-Mail-Responder-Sequenz aufstellen kannst und entsprechend deine zustellen Öffnungsraten dabei optimieren kannst. Und du erfährst das genaue Online-Business-Modell, mit dem Chris Stellis auch selbst agiert und wirklich siebenstellige Umsätze erzielt. Das ist sensationell. Und es gibt nur, wie gesagt, hier auch begrenzte Kapazitäten. Alle Webinare von Chris Stellis sind ruckzuck ausverkauft. Und das Besondere an diesem Webinar ist, dass du auch nach langer Zeit mal wieder die Möglichkeit hast, das Ganze hier als Affiliate zu bewerben. Und das Produkt, was dahinter steckt, nennt sich der E-Mail-Marketing-Masterplan. Du bekommst 50% auf die 247 Euro plus die beiden Upsell-Produkte, die im Anschluss noch mit angeboten werden. Und glaubt mir, Chris Stellis hat in der Regel keine Affiliate-Programme nötig, denn er ist der Top-Unternehmer im Bereich Online-Business-Aufbau und macht eigentlich auch länger schon keine Kooperationen mehr im Bereich Partnerprogramme, weil er es wirklich nicht nötig hat. Er ist einer der ganz wenigen, die es wirklich nicht nötig haben, Partnerprogramme aufzuziehen. Das ist sensationell und eigentlich auch unfassbar, weil alle machen das ja, alle Top-Online-Marketer, nur er nicht. Und jetzt hast du mal wieder für kurze Zeit die Möglichkeit, das zu bewerben. Und eine hohe Conversion-Rate zeichnet seine Produkte aus. Du bekommst 50% und es gibt fast keine Stornierungen hier. Sechs Regeln, an die du dich halten solltest, wenn du an diesem Affiliate-Programm teilnehmen möchtest. Ja, du trägst einfach deine Digistore24-ID ein und los geht's. Kannst dann hier auf die E-Mail-Vorlagen zugreifen und das Ganze promoten. Hier trägst du deine Digistore24-ID ein, das habe ich hier bei mir schon gemacht. Kriegst deinen Affiliate-Link und kannst das Ganze, ja, bewerben. Ja, ich kann dir nur empfehlen, nimm teil. Das ist extrem selten, dass sowas passiert bei Christellius. Und du kriegst natürlich mega Content auch geliefert. Und ja, wie gesagt, sei am 1. Dezember dabei. Es lohnt sich richtig krass. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim Bewerben des Christellius-Webinar, wie du eine große E-Mail-Liste aufbaust. Ja, viel Erfolg bei deinem E-Mail-Marketing. Alles Gute, dein Christian Weckler. Ciao, ciao.